Liebe Zuschauer, schön, dass ihr am Start seid. So wie ihr dieses erste Bild entnehmen könnt, und zwar das hier, werdet ihr merken, dass wahrscheinlich Rezo verzweifeln wird an meinem Video. Und das finde ich immer gut. Also wir gucken super gerne Reactions an, oder generell Videos an, wo Rezo verzweifelt. Und was ich jetzt an erster Stelle sagen kann, lass gerne ein Abo da. Denn 68%, 68,3% sind Nutzer ohne Abo, die meine Videos anschauen. Ist schon besser geworden mittlerweile, aber nur 31% sind Abonnenten, die meine Videos schauen. Deswegen lass gerne ein Abo da, würde mich richtig freuen. Und krass, die weibliche Anzahl hier oder die Prozentzahl der weiblichen Personen, die meine Videos schauen, ist sogar gestiegen auf 55%. Das ist übel sick. Grüße gehen raus an alle Frauen und natürlich auch Männer und diverse. Schön, dass ihr da seid. Wir gehen jetzt rein und schauen uns jetzt an. Influencer rekrutiert Followerinnen zu OF 2.0 Abfahrt. Gott, ey, das will ich nicht bewerten. Wenn das Leute machen, machen sie es. Kommt noch besser. Leute, ihr teased mich so. Ihr teased... Wow, ihr wurdest sogar geteased. Die Leute haben sogar schon das Video davor gesehen bei mir. Yeah! ...teased mich so. Das ist schon sehr sass. Anne Wünsches Manipulation und Rekrutierung für 2.0 Und wieder mein Hintergrund und Alpha Kevin's Hintergrund. Einfach seamless, Digga. Grün, 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 grün. Das sag ich schon. Das ist wichtig und richtig. Die Hintergründe sind das Wichtigste. Ich find's gut. Ich find, ich find, die Lernen Hintergrund ist super. Wir gehen jetzt nur, damit das Video heute grün wird. Jeder verfolgt von euch natürlich selber Träume und besonders Anne hat Wünsche. Okay, den wollte ich nur zum... Krasser, krasser Wortwitz. Awesome. ...Bauflockern reinbringen, aber der kam, glaube ich, nicht so gut. Beginnen wir nun... Doch, war mega. ...mit dem Thema, denn das ist... Also ich sehe, dass Rezo extrem amüsiert ist von dem Wortwitz am Anfang. Das Video wurde übrigens grün. Also das wurde direkt grün eingestuft. Übel geil. Hat mich richtig sehr gefreut. Etwas uncool. Ihr kennt vielleicht von irgendwoher diese Dame hier. Das ist Anne Wünsche. Ich persönlich kenne sie nur von Berlin Tag und Nacht. Darf ich das unter anderem als Kind gemeint. Sie ist auf jeden Fall eine... Oh, jetzt glaube ich, ist dieses Video aber zu laut. Ich mache ein bisschen leiser. ...und habe bis heute alle Träume von Ole ohne Kohle. Ich glaube, jetzt ist das Video gleich laut mit mir, oder? Ich bin zurück. Drei, zwei, eins, schnippen. Macht mal... Cool. Ja, Berlin. Wenn ihr aber im Gegens... Okay, Anne Wünsche habe ich vom Namen auf jeden Fall schon mal gehört. Ich habe sie als Influencerin abgespeichert. Ich glaube, Olli Pocher hat mal... Komm, seid mal ehrlich. Schreibt mal bitte eine Eins rein. Wer hat damals Berlin Tag und Nacht geschaut? Oder irgendwann mal Berlin Tag und Nacht geschaut? Als ich 13 war oder so... Dadurch kenne ich auch Anne Wünsche. Als ich 13 oder so war, habe ich Berlin Tag und Nacht geschaut. Ich erinnere mich noch an den... An... An die Wünsche, ja? An den... Ach, an diesen einen Glatzkopf. Aber ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Äh... Der eine ist... Ach, man. Das wurde mir das letzte Mal angezeigt, als ich die Recherche gemacht habe. Da habe ich gesehen, dass der eine sogar gestorben ist. Wie hieß denn der? Fabio? Ich weiß nicht, wie der hieß. Oder Fabrizia irgendwie so. Äh, ja. Also ein paar Leute fallen mir da noch ein. Martin hieß, glaube ich, einer. Ach, keine Ahnung. Also, ja. Also, Berlin Tag und Nacht habe ich geschaut. Köln 0815 habe ich nicht geschaut, tatsächlich. Gegen sie geschossen oder so. Das sind so die Informationen, die ich über eine Anne Wünsche habe. Offensichtlich war sie bei Berlin Tag und Nacht und hat da irgendwie gestartet oder so. Gegen Satz zu Ole, noch ein bisschen Kohle überhaupt. So, wie ich es jetzt verstanden habe. Aber ich habe keinen Plan, Digga. Dann gönnt euch jetzt unbedingt den neuen Performance-Milchshake mit Bananengeschmack. Okay, weil wir jetzt kommt. Den bekommt ihr nämlich. Lasst es euch natürlich schmecken. Und vielen Dank an Schatz. Er hat es geskippt. Das ist eine Frechheit. Nein, alles entspannt. Das mache ich auch. Ich wollte gerade übrigens selber meine eigene Werbung skippen hier. Tag und Nacht. Denn auch da war eine schöne Schauspielerin und mittlerweile ist sie eine erfolgreiche Influencerin mit mehreren hunderttausenden Aufrufen pro Video. Das ist schon ziemlich gut. Das ist schon krass. Also das sind schon gute Reel-Zahlen hier, ne? Also 259, knapp 600. Ich habe mal gehört, dass Reels übel gut bezahlen. Also, dass wenn du viele Klicks hast auf die Reels, du auch gutes Geld von den Klicks bekommst. Ich habe aber keine Ahnung, ob das stimmt. Ob das nur ein Mythos ist. Aber mir wird immer gesagt, ja, wenn du bei Reels richtig krass Aufrufe machst, das kann sich über krass lohnen, weil Instagram wird am krassesten bezahlt. Ich habe so gar keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich habe noch nie ein Reel hochgeladen. Also noch nie bewusst ein Reel hochgeladen. Ich habe mal ein Video hochgeladen, aber ich wusste nicht, dass es ein Reel dann ist. Ich würde das nur als Beitrag halt mal so ausschauen. 1,4, knapp 1 Million. Das ist schon krass. Das ist schon ziemlich gut. Man könnte meinen, dass sie es einfach geschafft hat und eine klasse Persönlichkeit ist. Und ja, sie stand schon immer wieder in der Kritik. Wegen Instagram-Fotos mit Kindern Fans sauer auf Anne Wünsche. Wegen einigen... Anne Wünsche öffentlich entlarvt. Schwere Vorwürfe gegen den BTN-Star. Ah, Berlin Tag und Nacht. Kontroversen Aktionen, welche ich hier bei ABBA jetzt nicht unbedingt auflisten möchte, aber... Ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie Berlin Tag und Nacht gesehen. Ich meine aber, also ich glaube, ich habe mal so ein paar Snippets auf YouTube gesehen. Das ist doch so halb scripted, aber auch improvisiert von, ich sag mal, so halb Amateur-Schauspielern. Das ist das Prinzip, oder nicht? Aber diesmal habe ich sogar davon mitbekommen, dass sie tief in die Kacke gegriffen hat, da Yvonne Muhlen über sie aufklärte. Yvonne Muhlen macht Videos moralisch vertretbar. Anne Wünsche und das manipulative Anwerben von Frauen für WEF auf Social Media. Also, Credits gehen raus an Yvonne. Der Link zu ihrem Video selbstverständlich in der Beschreibung. Sie hat das ganze Thema ebenfalls sehr gut behandelt. Ich fasse das allerdings hierbei nochmal ein bisschen kürzer. Und was mir halt bei diesen Videos von Yvonne geboten wurde, das ist ziemlich heftig. Ja, heftig sch... Also ehrlich, da ist von Unehrlichkeit bis zu Manipulation seitens Anne Wünsche so ziemlich alles dabei. Und? Also, okay, jetzt bin ich gespannt. Also, sie soll Frauen anwerben, WEF zu machen? Das bei einem etwas schwierigeren Thema. Ja, denn nicht nur anwerben, WEF zu machen, sondern das ist noch ein bisschen ein krasseres System. Aber mal schauen, was der liebe Rezo jetzt gleich dazu sagen wird. Wir reden hierbei von einer Plattform namens 4Base. Aha. Achso, es geht gar nicht genau um OF, sondern um so einen OF-Klon. Wofür Anne aus eigener Intention heraus einfach Werbung gemacht hat. Und diese Plattform ist wie OF Fans, würde ich mal meinen. Nur es ist noch ein bisschen geldgieriger, denn dieses ganze System ist äußerst kontrovers. Und wenn man schon aktiv für so eine Plattform... Ja, aber wieso ist noch... Übrigens, übrigens, für die Leute, die das interessiert, mir hat, glaube ich, die Presseabteilung von 4Base eine Nachricht geschickt. Also, ich kann jetzt nicht direkt detailliert drauf eingehen, aber die haben halt so geschrieben, ja, so und so ist das jetzt und kannst du ja korrigieren oder was weiß ich. Hab dann noch als Nachtrag in der Beschreibung noch was reingeschrieben, aber jetzt so prinzipiell viel hätte ich da eh nicht machen brauchen, weil das schon so weit eigentlich gestimmt hat. Aber manche Sachen waren schon ein bisschen veraltet gewesen. Auch geldgieriger, also ist es genauso wie... oder nicht. Und sein relativ junges Publikum ebenfalls animieren möchte, sich dort anzumelden oder zu registrieren. Denn ist das jetzt vielleicht nicht die beste Idee und rein moralisch könnte man meinen, ist das kritisierenswert. Doch, ich würde sagen, wir schauen dort einfach mal rein und gucken, was Anne wünscht uns sozusagen. Saschka hat da auch was drüber gemacht, sagt Chat. Ach krass, Saschka hat auch... Hä? Ach, jetzt heute... Wo wir schon am Stream waren. Ah, Albtraumjob-OF. Ah, das ist dann wahrscheinlich ein bisschen umfangreicher noch und geht nicht nur um jetzt diesen Case, so wie der Titel klingt. Okay, gucken wir erstmal Alpha Kevin weiter, weil da... Würde ich auch empfehlen. Also würde ich sogar präferieren, zuerst Alpha Kevin zu schauen. Jetzt glaube ich um diesen konkreten Fall jetzt eher, so wie ich es verstehe. Und ihr wisst ja, die OF-Seite ist ja einer der bekanntesten Plattformen in dieser Richtung. Also da postet man halt freizügigen Dattelbeinkont... Sarah is obsessed with you, schreibt, na, liebe Alpha Kevin. Sarah, falls du das siehst. Du hast meine Stimme. ...oder auch mehr. Ja genau, man kann es natürlich auch noch krasser Verhabenlosen, dass man sich halt dann einfach auszieht für Geld. Aber ich schäme, by the way, gar keine Menschen, die Sex-Worker sind. Nee, das ist... Nee, das finde ich auch völlig... Also wäre auch der falsche Ansatz, sowas zu shamen. Sowas wird konsumiert. Also man schämt ja auch nicht die Leute, die das konsumieren. ...die in diesem Bereich aktiv sind. Das kann man natürlich super gern machen, wenn man auch dahinter steht und sich den Gefahren bewusst ist. Doch von Nakidaikonten zu sprechen, um die ganze Sache noch harmloser zu machen, als sie eigentlich ist, finde ich zu Beginn schon ziemlich schwierig. Okay, noch check ich nicht, was jetzt genau das Problem ist, weil sie redet sozusagen über solche Plattformen, sagen wir mal solche Plattformen und... Somit wird das eigentliche Problem gar nicht richtig angesprochen, sondern mehr oder weniger runtergespielt. Aber gut, das war jetzt auch bloß erst mal die erste kleine Verharmlosung in ihrem Statement oder ihrer Werbung. Mal schauen, was jetzt als nächstes kommt. Fuß-Content und kann halt ein bisschen Geld dazu verdienen. So, es gibt aber noch mehr Plattformen außer diese eine. Und eine ist ziemlich neu, also die ist auch schon ein paar Jahre auf dem Markt, aber noch nicht, bei weitem noch nicht so groß wie OF, aber das hat einen Vorteil. Also bei OF ist es zum Beispiel ein bisschen schwieriger, gefunden zu werden. Und die Firma, die ich euch jetzt vorstellen werde, die Seite, die ich euch jetzt vorstellen werde, ist kleiner, was für euch noch ein Vorteil ist. Das heißt, ihr werdet viel, viel schneller gefunden. Also sie macht Werbung, sie macht gerade ein Placement für eine andere Seite. Also sie hat ein Placement-Deal von einer anderen solchen Seite, wo man solchen explizitem Content irgendwie online stellen kann und wirbt jetzt für die Seite. Und die arbeitet mit Reels. Und ihr kennt das, wir alle sitzen immer ewig vor diesem Telefon und scrollen durch Reels. Das heißt, da werdet ihr auch viel, viel schneller gefunden. Das ist ein riesen, riesen Vorteil. Und bei OF kann man nur mit Kreditkarte zahlen, bei der Plattform, mit Paypal. Also wir erkennen, da steht ja sogar extra, da steht ja sogar extra bei der Seite, die ich euch jetzt vorstelle, unbezahlt übrigens. Also es ist keine direkte Werbung, so wie sie es meinte. Also wir erkennen, Anne Wünsche wirbt hierbei vor allem für neue Creator auf. Okay, Chat sagt abwarten. Okay, okay, das heißt, es passiert, okay, okay, ihr teast schon an, dass irgendwas jetzt gleich im Video passiert, was ein Plot-Twist sein wird. Der Plattform. Sie versucht hiermit mehr oder weniger neue Creator zu rekrutieren im Sinne des Anwerbens. Und ich weiß ja nicht, ob das jetzt so eine super Idee ist, wenn man bedenkt, dass viele dort einfach nur das schnelle Geld sehen wollen und sich dann daraufhin anmelden. Den meisten Menschen sind die ganzen Konsequenzen oder auch Risiken, wenn man diesen Content erstellt, eigentlich gar nicht bewusst. Denn sobald man sich nackt auf dieser Plattform zeigt, ist das für viele ein wirklich krasser Angriffspunkt, um jemanden triggern zu wollen. Und dadurch wird man teilweise traurigerweise zum Gespött im eigenen Umfeld. Ich weiß, das ist nicht gut und ich persönlich feiere das auch nicht, dass manche Menschen so denken. Allerdings kennt ihr die Gesellschaft und wenn dort nackte Inhalte... Ja, es ist auf jeden Fall so, ich finde das gut, dass Alpha Kevin das an der Stelle anspricht. Es ist natürlich nicht nur ein harmloses, ach, ich mache mal ein bisschen Nacky Die, ich mache mal ein bisschen Fuß-Content oder was er ja gerade gesagt hat, sondern kann natürlich auch eine Auswirkung haben, die man vielleicht in dem Augenblick noch gar nicht so antizipieren kann. Ich finde das mit Paypal voll kritisch, weil das einfacher für Minderjährige dann ist, da Zugang zu finden als mit Kreditkarte. Ey, zu 100 Prozent. Und ich habe mich ein bisschen geärgert, als das jemand in die Kommentare geschrieben hat, warum ich darauf nicht nochmal eingegangen bin. Weil das ist auf jeden Fall nochmal ein doppelter Kritikpunkt, dass man dort mit Paypal bezahlen kann, weil das ist so eine einfache Methode, auch als Minderjähriger, dort irgendwas zu bezahlen. Also du kannst dir ja unerlaubt, du solltest trotzdem eigentlich 18 sein, wenn du dich dort anmeldest, aber es gibt ja Leute, die machen das auch schon mit 16, 17 oder 15 oder so und geben ein falsches Alter an und so weiter. Sollte man aber nicht machen, weil dann kann das Geld eingefroren sein, was du irgendwann da drauf bekommst und dann kannst du es nicht mehr auszahlen lassen, weil du dich halt angemeldet hast, als du 15 warst. Deswegen macht das auf jeden Fall nicht. Kann ich euch absolut nicht empfehlen, ist sehr schwierig. Aber da gibt es auch Leute, die faken halt die Alter und ich weiß nicht, wie jetzt die Sicherheitsvorkehrungen sind, wenn man sich dort anmeldet, aber das macht es auf jeden Fall leichter, dass man dann dort... Das ist genauso wie Casinos. Wenn Casinos anbieten, dass man ein Paypal bezahlen kann, dann ist das für viele Leute so ein krasser Triggerpunkt, damit anzufangen, weil das ist halt nicht so aufwendig mit erst noch Legitimation und dann Kreditkarte und dann noch alles eingeben und so, ne? Schnell Paypal oder Paypal die Adresse eingeben, Passport und dann hast du es. Es ist echt schwierig, ne? Paypal, das ist so viel einfacher zu bezahlen und dann hast du umso schneller Geld rausgeschmissen. Also ich fühle das selber auch, weil ich so viel einfach nur noch über das Zahlungsmittel mache, als über die Bankkarte. und ja, ne, also es ist auf jeden Fall... Haust du schnell mal Geld raus. Das stimmt schon. Dann wird halt schnell mal die betroffene Person überall fertig gemacht. Und da ist jetzt das Argument, dass man damit ja sehr schnelles Geld verdienen kann, auch... Hast du das Geld mit deinen Shops gemacht oder eher mit deinen Seiten? Wahnsinn, was man da verdienen kann. Letztes Jahr hatte ich noch keine VIP-Accounts. Die hab ich erst Mitte, Mitte, 20 Januar, bla, bla, bla. Und da schon die... Was? Okay. Im Januar hat sie über eine Million Umsatz gemacht oder zwischen Januar 2023 und Januar 2024? Weil nur im Januar find ich richtig, richtig viel. In einem Jahr ist auch viel. Also versteht mich nicht falsch so, ne? Aber das könnte ich noch eher so verstehen dann. Auch wieder nur eine Nebensache. Denn Geld bringt dir ja nicht automatisch mehr Glück im Leben. Ja, du kannst dir zwar mehr Sachen leisten, bedeutet aber nicht, dass du deswegen glücklicher bist. Aber gut, wir wissen nun, für alle Wünsche ist das alles ja bloß Nacki-Die-Content. Und es lohnt sich, wenn man sich dort anmeldet, denn im Gegensatz zu OF kann man dort leichter gefunden werden. Außerdem schreibt sie zusätzlich noch, dass es ja keine bezahlte... Ach so, bei der Seite, die ich euch jetzt vorstelle, schreibt sie Klammer auf unbezahlt übrigens aus, rufe Zeichen Klammer zu. Ah, okay, okay, okay. Das heißt, wenn ihr gesagt habt, wart ab, als ich gesagt habe, ja, sie macht halt ein Placement und sie betont, dass es unbezahlt ist, ist wahrscheinlich dann der Plot-Twist, dass das nicht stimmt, oder? Sie macht das einfach aus eigenen Stücken, was irgendwie noch komischer rüberkommt. Warum sie das aber macht, das kann ich gleich noch genauer erklären. Kommt noch besser, Leute, ihr teased mich so. Ihr teased mich so. Wir können aber einfach mal weiter rein. Wie gesagt, ist kleiner, hat mega viele Vorteile. Ich bin da selber auch schon angemeldet, habe mir heute so ein bisschen noch Infos reingeholt. Und ja, ich möchte euch die Seite gerne vorstellen. Anne, kannst du mir helfen? Anne, kannst du mir einen Tipp geben? Boah, Anne, ihr habt es ja selber vorhin gesehen. Ich habe ein paar, einen ganz, ganz kleinen Teil eurer Nachrichten mal gepostet. Und deswegen dachte ich mir, ich muss euch das erzählen, weil ich bin da selber Kunde. Und jetzt, wo ich das ganze Hintergrund... Also Kunde im Sinne von, sie macht Content, also Content Creatorin oder Kunde im Sinne von, sie konsumiert den Content. Werde ich auf jeden Fall da auch noch mal mehr Zeit investieren, als ich das bisher gemacht habe. Ich frage mich an der Stelle wirklich, wie viele Menschen alle Wünsche ernsthaft geschrieben haben, was das denn für eine tolle neue Seite ist. Also es wirkt mir eher wie eine Geschichte aus dem Paulanergarten, um sich direkt erstmal zu rechtfertigen, weshalb man jetzt genau solche Storys postet. Aber sei es drum, ja okay, weiß man jetzt nicht natürlich, wie viele Leute ihr geschrieben haben, wie viele Leute das wirklich wissen wollen oder so, kann man jetzt natürlich nicht von außen einschätzen. Ja, das ist doch wie... Ja, kann man nicht einschätzen, hat er schon recht. Aber das ist doch wie bei so ziemlich allem, wo gesagt wird, ja, wir haben so viele Leute geschrieben, was ich da hier trinke. Und ich habe jetzt hier den Partner abfahrt. Jetzt kann ich euch sagen, was ich da trinke und so. So was in der Art. So, niemand hat das vielleicht geschrieben. Also so kommt es immer so rüber. So, niemand hat danach gefragt. Aber das ist die Rechtfertigung, weshalb man jetzt irgendein Produkt vorstellt. Nee, aber ich meine, ich fühle, ich verstehe das schon, dass man das so aufzieht, aber es ist immer lustig. Es ist erst mal, dass Anne so eine barmherzige Frau ist, die natürlich auch die Wünsche und Fragen der Kommune... Riso, du könntest durch Anne einfach Multimilliardär werden. Krass. Ja, Mensch, dann muss ich wohl mit Anne da irgendwie eine Kooperation machen. Leute, ihr habt ja die ganze Zeit gefragt, woher ich eigentlich immer mein Essen bekomme, ne? So diese Süßigkeiten oder auch generell so gesundes... gesunde Snacks und so weiter. So habt ihr ja immer gefragt. Ich kann nur sagen, geht in die Beschreibung, dort findet ihr Koro und über den Link und mit dem Code Alpha, da spart ihr halt dann auch einfach nochmal 5% obendrauf bei jeder Bestellung. Ihr habt die ganze Zeit gefragt, irgendwie bin ich euch da ja auch eine Antwort schuldig. Ganz einfache Sache. Das Ganze ist übrigens Werbung, ja. Will ich nochmal an der Stelle sagen. Und ja, also es ist einfach wichtig und richtig. Das ist der Ticket. Jetzt ist es raus, Leute. Jetzt habt ihr es. Das ist das Ticket zum Reichtum. Mensch. Community eingeht und die ist auch beantwortet. Und da erklärt sie uns erstmal, wie sie überhaupt auf 4-Based gestoßen ist. ...seite gestoßen, weil ein Mädel bei TikTok mal gefragt worden ist, wie viel sie... Terra-Milliardär. Ja, das klingt schon gut. Also ich hätte schon ein bisschen Bock, Terra-Milliardär zu werden. Einfach so mega-triple-terra-Milliardär. Triple-Nuklear. Man macht keine Ahnung, es sind so ganz normale Straßenumfragen gewesen und da hat sie halt eine Summe genannt und hat gesagt, dass sie dort angemeldet ist und was sie da für ein Content produziert und so bin ich auf die Seite gestoßen. Ich glaube, ich bin jetzt schon auf der Seite seit... Jeff Bezos kann einpacken, wenn Ree so auspackt. Ich glaube auch... Ach, muss ich selber mich ausziehen oder was für den Content? Ich dachte, ich kooperiere einfach... Ich dachte, ich manage einfach irgendwie Anne oder so. Ich dachte, das wäre jetzt der Pitch gewesen. Ich muss selbst... blank ziehen. Okay, aber um Terra-Milliardär zu werden, da... da sagt man nicht nein, ne? Also das ist ja auch schon mal wichtig. Ist ja auch mal wichtig, auch Terra-Milliardär zu werden. Guck mal, was man sich damit alles kaufen kann. Stell dir mal vor, was ich mir alles damit kaufen könnte, was ich nicht kaufen kann. Zum Beispiel... Neulich habe ich bei MrBeast im Video gesehen, es gibt so Inseln, die kosten irgendwie 100 Millionen oder so. Eine einzelne Insel. Die ist so krass. So was... Also ich habe in letzter Zeit auch ein paar Mal MrBeast angeschaut. Ich finde, ich finde, das ist echt interessant, wie er es macht, ne? Sag ich euch ehrlich. Ich habe eine Zeit lang das nie angeschaut und jetzt hatte ich mal lange Weile gehabt, um mich mal überzeugen zu lassen. Ja, wie sind denn die Videos eigentlich von dem? Die sind halt echt gut. Also der Erfolg, der hat auch so seinen Grund. Die Videos sind halt echt gut gestaltet. Das könnte ich mir kaufen und ein Aquarium. In einem Dreivierteljahr ungefähr und ich finde die eigentlich ziemlich cool. Puh, also wer hätte das gedacht? Also ich finde das sehr, sehr nice, denn Anne zeigt damit ja ein Stück weit Menschlichkeit, denn sie wurde hierbei mal nicht von 4Based angeschrieben, um dafür Werbung zu machen, denn sie ist als eigene Konsumentin auf die Plattform gestoßen und macht nun Werbung dafür aus freien Stücken. Und deshalb scheint sie 4Based auch schon ziemlich gut zu kennen, was ja top ist für eine so unbezahlte Werbung. Und deswegen geht es nun los mit der direkten Vorstellung dieser Seite und da würde ich sagen, schauen wir glatt mal rein. Boah, jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, jetzt, jetzt kommen Sachen. Ich will nicht länger auf die Polter sparen. Ja. Ich will nicht länger auf die Polter sparen. Jetzt kommt sie. Kurz und knapp. Ich bin halt, ey, das wirklich, alleine wenn ich sehe, wie viele Striche hier oben bei der Instagram-Story sind. Das ist fast 24-Tim-Niveau, aber 24-Tim ist noch schlimmer. Wie viele Storys sozusagen innerhalb von 24 Stunden macht, das finde ich so krass. Ich konsumiere nur Content eigentlich von Leuten, die so nicht sind. Ja, also ich weiß, es gibt Instagram, es gibt diesen Teil von Instagram, der so viel Storys postet, aber ich definitiv nicht, also ist gar nicht so mein Schwerpunkt bei Instagram. 4-Based. Ich habe es euch hier mal verlinkt. Wie gesagt, ich finde die sehr, sehr toll, weil es einfach auch viel... Ich finde es lustig, dass die Leute auch direkt reinschreiben wie bei 24-Tim oder hier schreibt noch jemand Tim rein. Einfacher ist dort Reichweite zu generieren, weil die einfach ein ganz anderes Konzept haben. Es ist viel einfacher. Ja, schaut euch da mal um. Ich verlinke euch jetzt direkt meinen Account. Klingt schon sehr werblich. Weil dann könnt ihr bei mir schon mal so ein bisschen durchscrollen und könnt einfach schon mal sehen, wie das... Hier steht halt auch Werbung. Also sie sagt, es ist unbezahlte Werbung. Dann sagt sie, das ist ganz unverbindlich und bla bla. Ich mache natürlich das freie Stück und so weiter und ja und hier und ich empfehle euch das und das. Geht mal auf den Link drauf und dann schreibt ihr ja selber auch Werbung hier rein. Wo bin ich hier nicht hingeskippt? Ich bin aus Versehen, ich habe hier Wasser auf meine zwei... Oh nein. Ich habe Wasser auf meine Zahl zwei gemacht und dann habe ich das weggemacht und jetzt bin ich hier weg. Mal sehen, wie das Ganze ein bisschen aufgebaut ist und wie das Ganze Ich glaube, ich habe die Stelle wieder gefunden. funktioniert und ja, wie gesagt, ihr könnt ihr halt Reels hochladen und das hat zum Beispiel die andere Seite überhaupt gar nicht und somit werdet ihr schon gefunden, weil die halt alle immer durchwischen und scrollen und scrollen und scrollen und ich finde es mega. Ich bin total gehypt von dieser Seite. Ihre Seite halt auch immer wieder neu ausbessern und verbessern. Okay, sie schreibt unten, das ist keine Kooperation. Ich erzähle es euch, weil mich viele fragen. Also sie schreibt Werbung hin und schreibt es aber, es ist keine Kooperation. Okay, okay, dann machst du... Machst du kein... Also es ist weird. Okay, das ist schon f***ing sass. Irgendwie vier, fünf Storypieces hintereinander zu machen, mehrere, mehrmals den Link zu posten, sehr lange zu erklären, wie viel Gutes das für euch bringt, wenn ihr euch da anmeldet, das ist schon sehr sass. Und ich habe jetzt denen auch noch ein paar Tipps gegeben, wo ich denke, das könnte man jetzt auch noch vielleicht verbessern und das werden die auch noch umsetzen, finde ich auch mega cool. Das ist ja wirklich ein geiles Meeting. Ja, also Vorbase scheint wirklich richtig zu... Was? Oben links steht einfach Werbung. Ja. Hier oben steht Werbung. Und hier steht, das ist keine Kooperation. Und vor allem sagt sie dann auch noch, das ist mir gar nicht so aufgefallen, sagt sie dann auch noch, sie war sogar bei einem Meeting dabei. Also von der Seite offensichtlich, dass sie ja einiges ändern wollen mit Updates und so weiter. Also sie hat erscheinbar Connections zu der Seite direkt, schreibt hin, dass es Werbung ist, dann schreibt sie hin, dass es keine Kooperation, wirbt aber dafür, das ist wirklich komplett weird. Ja, okay. Das Ding ist, man muss auch manchmal Werbung schreiben, einfach um rechtlich sich abzusichern. Also manchmal schreibe ich auch Werbung rein, wenn mir jetzt, weiß ich nicht, Reefd, neuen Merch schickt oder so oder wer auch immer, dann schreibe ich auch manchmal Werbung rein, obwohl es natürlich keine Koop in dem Sinne ist. Ja, also Vorbase scheint wirklich richtig toll zu sein. Und dass man aus freien Stücken so gut für eine Plattform wirbt, scheint für sie als wirklich eine richtige Herzensangelegenheit zu sein. Und es wird auf keinen Fall ein finanzieller Profit dahinter stecken. Nee, obwohl sie auch sehr close mit denen ist und Meetings mit denen hat oder so. Oder? Also das möchte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber darauf werden wir gleich noch näher eingehen. Erstmal verleiht sie dieser Werbung noch ein Stück weit Nachdruck mit folgenden Storys. Und wie gesagt, die haben mich jetzt nicht gefragt, ob ich Werbung machen kann für diese Seite. Ich bin da selber angemeldet und es ist wirklich so eine Empfehlung von mir. Ich bekomme von der Firma jetzt wirklich nicht irgendwie Summe XY. Also das ist keine Kooperation hier. Das ist wirklich eine Empfehlung, weil ich weiß, dass viele das machen möchten. Okay, alles schreit, dass das halt nicht so ist. Und ähm, ja. Ja. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall glaube ich dir das. Also, dass sie keine Summe X von dieser Firma beziehungsweise kann die mal zum Punkt kommen. Ja, das Ding ist, bei diesen ganzen Leuten, die so viele Storys am Tag machen, denke ich mir das so oft. Deswegen gucke ich Leute nicht, die so viele Storys am Tag machen. Am schlimmsten ist TikTok. Bei Instagram, ich gucke mir gar keine Leute an, die die ganze Zeit nur Instagram-Stories machen und darüber praktischen Content erstellen. Weiß nicht, ich bin nicht dieser Instagram-Typ, was das angeht. Ähm, aber bei TikTok ist das Allerschlimmste, ich spule immer schon bis zum Schluss, also wenn ich mal in den Genuss komme, mal TikTok zu öffnen, spule ich bis zum Schluss, weil ich weiß, der kommt eh nicht zum Punkt und dann bricht das Video einfach ab. Und der spannende Punkt wird gar nicht weitergemacht oder wird gar nicht fortgesetzt. Oder dieses, ja, ähm, folgt mir für Teil 2, aber es gibt kein Teil 2. So, wo ich mir denke, oder die spannende Stelle ist einfach raus, wo ich mir denke, jo, er will sich komplett verarschen, also bin ich hier ja irgendwie, äh, falsch angekommen. Das war meine erste Erfahrung damals mit TikTok, mit diesem Folgmast für Teil 2, da gab's nie ein Teil 2. Und, äh, das hat mich richtig krass genervt, deswegen hab ich, ähm, äh, TikTok, mehr oder weniger jahrelang verachtet. Weil ich mir immer denke, die reden und reden und reden und reden und letztlich die wichtige Info hättest du auch in drei Sätzen sagen können, so, ne? Was er von der Seite bekommen hat, das glaub ich jetzt mal an der Stelle. Aber, dann musst du ja auch irgendwie deine ganzen Storys am Tag vollkriegen. Das sind ja tendenziell natürlich Leute, die einfach viel, viel, viel reden. Die Seite wirklich einfach nur bewirbt, weil sie diese so toll findet, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und da kommen wir nun zum springenden Punkt, denn was Anne wünsche uns verschweigt, ist folgendes. Diese Seite hat halt so ein gewisses Affiliate-Programm, wenn ich das so nennen kann. Und wenn man bedenkt, wie sie sich hier extra darstellt, als würde sie diese Seite bewerten, nur zur Liebe für die Community, da wird mir persönlich ziemlich schlecht. Denn 4Based ist nicht automatisch cooler als OF, nur wegen den Reels und dass man dann halt leichter vorgeschlagen wird und so weiter. Es ist halt einfach deutlich, deutlich lukrativer für Influencer, die andere Creatorinnen dort anwerben. Warte, das heißt, wenn am Ende, also kommt jetzt am Ende raus, dass durch den Link, den Leute benutzen, wenn sie sozusagen in ihrer Story auf den Link klicken und sich dann da anmelden und dann irgendwelche Umsätze machen oder so, dass dann eine Wünsche darin beteiligt wird? Und jetzt wird's richtig wild. Ja. Ja, hat so MLM-Vibes, ne? So aufgepasst. Über die Seite wird nämlich folgendes Modell beschrieben, wie 4B- Ich muss mal kurz unbezahlte Werbung machen. For real jetzt? Ja, wir haben vorhin gesagt, weil ich probiere gerade mal so ein paar, probiere ein paar Päckchen aus bei Holy, ne? Ähm. Und, äh, ich, äh, der Chat hat vorhin entschieden, ich soll mal dieses Red Crapes und Hibiscus-Tee trinken und der schmeckt übel geil. Muss ich wirklich sagen, fetzt echt, schmeckt mir echt gut. So fast alle tatsächlich. 4Based finanziell agiert. Für die Einnahmen, die du direkt durch deinen Content generierst, erhältst du 40%. Das bedeutet, wenn ein Fan etwas für 100 Euro bei dir kauft, erhältst du 40 Euro. Das Referral-System geht jedoch noch weiter. Bringst du einen neuen Subscriber auf die Plattform, bekommst du 30% seiner Ausgaben bei jedem Kauf. Wenn... Oh mein Gott. Das ist wirklich so Multilevel-Marketing-Sche... Ne? Also hier geht es nicht, um das ganz klar zu machen, hier geht es nicht um normale Affiliate-Links. So, ne? Sondern hier geht es wirklich um mehr als das. Also dein geworbener Fan bei dir für 100 Euro kauft... Hey, aber komm in die Gruppe, Rezo. Ich hoffe, du bist schon dabei. Erhältst du zusätzlich zu deinen 40 Euro noch 30 Euro. Ja, beziehungsweise Multilevel wäre jetzt, wenn die wieder jemanden anwerben, du auch davon teilweise beteiligt werden würdest. Aber es ist definitiv nicht ein normaler Affiliate-Link, weil du ja sozusagen dauerhaft an jemanden beteiligt wirst, der auf die Plattform durch dich kommt. Und das Interessanteste, sollte der gleiche Fan bei anderen Creatoren Geld ausgeben, erhältst du auch davon 30% der Einnahmen. Dieses System bietet eine zusätzliche Einnahmequelle und fördert die aktive Einbindung der Creator in die Community von 4Based. Ich will jetzt nicht sagen, dass es aussieht wie so eine Art Schneeballsystem oder Pyramidensystem, aber irgendwie gibt mir das schon ein bisschen ein ungutes Gefühl. Und ja, das ist wirklich, hm. Es ist also ein ganz, ganz, ganz starker Anreiz dafür, möglichst viele Leute dazu zu bringen, sich da anzumelden und da irgendwie Content zu machen. Ja. Das ist ein ungutes Geldgierigkeitsgefühl. Das, was alle Wünsche hier macht, wirkt mir persönlich komplett nach Manipulieren. Das ist schon, es ist natürlich kein Schneeballsystem, weil Schneeballsysteme sind ja in Deutschland nicht erlaubt. Deswegen, ähm, deswegen habe ich ja auch nochmal ausdrücklich gesagt, das ist es halt auch nicht, ne? Aber das wirkt, es ist komisch so. Also es ist schon, es ist das und auch wie Anne das bewirbt, ist das auch sehr, äh, sehr, ja, besonders. Also, könnte man meinen, schon besonders irgendwie. Ja, viele Leute schreiben auch in den Chat, Pyramidensysteme, Schneeballsysteme, Ponzi-Scheme, solche, solche, solche Begriffe lese ich jetzt sozusagen im Chat. Wie genau die Definition jetzt zu was passt, maße ich mir nicht an, genau zu sagen. Ich glaube, der Unterschied zwischen, äh, zwischen dem und nem, nem Multilevel-Marketing-Ding ist doch, wenn ich's richtig verstehe, dass beim Multilevel sozusagen wirklich Multilevel drin sind. Also, du wirbst jemanden an, der macht Umsätze, du kriegst daran einen kleinen Teil. Wenn der wieder wen anwirbt, dann verdienst du an dem ganz neuen Dude aber auch ein bisschen was dran, so, ne? Also dieses, dass ich das so unendlich weit so ... Ja, aber wie ist das dann bei dem Schneeballsystem? Ist das nicht auch so, dass jeder mitbeteiligt wird, der in dieser Reihe, in der Reihenfolge mit ist? Weiß grad gar nicht. Altenkito, dankeschön für den Sub. Junge, ich merk das immer so krass, wenn Rezo offline geht, kommen hier plötzlich, äh, übel viele Leute rein, ja? Ähm, zieht. Aber Ehre, schön, dass ihr da seid. Das wird aber, äh, dann exponentiell von der Anzahl der, der Mitglieder sozusagen, ähm, dann stacked. In diesem Fall ist es so, dass nur die direkten Knoten, die sozusagen Adjestent mit ... Na, sch***, digga. Die, also wenn, die Leute, die du angeworben hast, sind sozusagen die, an denen du mitverdienst, aber die anderen nicht. Sie tun so, als würdest du sie einfach nur aus Liebe zur Community, diese Seite vorstellen, wie viele Leute grad reinschreiben. Wenn ihr grad von Rezo kommt, schreibt mal bitte rein, dass ihr von Rezo kommt und das gern folgt da, ne? Dann seid ihr die Krasse. Nee, aber schreibt das gern rein, dann hab ich hier ungefähr eine Ahnung, wie viele Leute hier, ähm, grad frisch dabei sind. Das ist Wahnsinn. Die Leute, die ja danach gefragt haben, sie schreibt dazu noch rein, dass das Ganze unbezahlt ist und feiert sich doch selbst. Alter, das ist wie ein Raid. Ey, ohne Witz, an die In-Käff-Zuschauer, ihr checkt das jetzt grad vielleicht nicht so krass, aber Rezo ist grad offline gegangen. Der hat aber so 10.000 Zuschauer oder so. Und gefühlt die Hälfte meiner Zuschauerschaft sind Rezo-Zuschauer. So, deswegen überschneidet sich das hin und wieder. Und die kommen grad rüber einfach zu mir, also instant vielleicht so 300, 400 Leute mehr hier am Start. Junge, das ist einfach sick, wie so ein Raid einfach. Nee, schön, dass ihr da seid, ne? Ähm, das freut mich sehr. Auch so viele hier das erste Mal dabei. Äh, ganz viel Liebe. Wir gucken uns zufälligerweise, wie ihr es grad sehen könnt, Rezo an, ja? Wie er mich anguckt. Und dann recyceln wir diesen Content und machen da eigenen Content, weil auch die Reactions von Rezo immer sehr interessant sind, ja? Mir gefällt das auch immer. Guck ich gern an. Danke für die Subs. Und dann bekommt man mit einer Suche raus, dass sie von angeworbenen Nutzern potenziell richtig gut Geld bekommen kann. Ist das die feine englische Art, wenn man mit 1,5 Millionen Followern auf Instagram umgeht? Ich... Ja, es ist schon... Ist schon sass, das Multi-Level-Marketing-System. Ja, es ist schon jetzt nicht... Schlecke. Nice. Es ist nicht die feine Art, mit den Followern so umzugehen. Ja, das stimmt schon. Ich weiß ja nicht. Aber die Sache, die wird tatsächlich noch besser. Denn wenn wir jetzt schon beim Finanziellen sind, auf der Vorbase-Seite für Creator wird wie folgt beworben. Dein Anteil ergibt sich, wenn sie sich... Also, über Annes-Link auf deren Plattform verlaufen, folgendermaßen... Ja, na, danke. 70% Provision... 70% Provision, wenn deine User bei dir Geld ausgeben. 30% Pro... 30% Provision, wenn deine User bei anderen Creatoren Geld ausgeben. 40% wenn User anderer... Alter, ich will gar nicht zu sehr pausieren, aber ey, der... Was ist das hier grad für ein Support? Ich hab grad sau viele Follower dazubekommen. Und danke für den Sub, Angelina-Sophie, Banschi nochmal für die 100 Bits, danke und Rohn danke für die 200 Bits, Alter, das ist wirklich crazy. Ich danke euch von Herzen, ja, das ist sehr, sehr heftig, ja. Also, wenn Rezo offline geht, ist es hier immer sehr heftig auf einmal. ... Creator bei dir Geld ausgeben. Auch Lucy. Hä, wer sind denn die User anderer Creator? Provision, wenn deine User bei dir Geld ausgeben, 30%, 10% Provision auf die Verkaufsprovision, dein... Ich bewerte das hier nicht, was welche Seite wie ist, keine Ahnung, ich käm mich da nicht aus. ...Ener Creator, hier ein Beispiel. Also, du postest auf deinen Social Media Kanälen, dass du auf 4Base Bilder und Videos von dir verkaufst und verlinkst dein Profil. Das hat Anna ja gerade gemacht. Mhm. Woraufhin sich ein Nutzer auf 4Base anmeldet, das werden sie dann wahrscheinlich machen, und bei dir 100 Dollar ausgibt. Mhm. Weil du den Nutzer auf die Plattform gebracht hast und er bei dir Geld ausgibt, erhältst du sofort 70% des Umsatzes, also 70 Dollar. Also 4Base wirft genau mit dieser Methode... Das ist wirklich so insane einfach, wie die das machen. Also, ich verstehe das Prinzip zu 100%. Also, ich kann das nachvollziehen, dass die so ein Prinzip machen, weil man damit die Leute effektiv auf die Plattform zieht und Leute auch freiwillig dafür werben. aber... Wie das gemacht wird und wie da geworben wird, wie da null auf die Risiken eingegangen wird, sondern nur das Positive draus gezogen wird, auch von den Influencern, die da werben, siehe, Anna wünscht es halt, das ist halt echt nicht geil. Und die, ohne Scheiß, die unterstützt das immer noch. Also nicht, die unterstützt das immer noch, sondern die, sie geht auch null auf die Gefahren immer noch ein. Sie denkt so, ja, Empowerment und wenn Frauen das wollen, auch wenn Jungfrauen das wollen, ey, das ist ihr Leben, die können doch machen, was sie wollen und so weiter. Weißt du, anstatt mal zu sagen, ja, aber reflektiert, wenn ihr das macht, dann geht ihr Risiken ein und diese Risiken könnten krasse Konsequenzen sein. So wird halt einfach nicht gemacht. So wird bloß aufs Positive eingegangen und das ist das extrem gefährliche bei der Werbung von Anne Wünsche. Sonst hätte ich auch kein Video gemacht. Hätte sie vor den Risiken die ganze Zeit gewarnt und hätte gesagt, ja, ey, das ist wirklich auch mit ganz großer Vorsicht zu genießen. Okay, aber nö, das hat, ja, das Richtige, ja, das Richtige, einfach nur Werbung dafür zu machen, aber auf positive Art und Weise. Ich weiß ja nicht. Wiper, vielen lieben Dank für den Satz. Wenn die Creator halt noch mehr Geld sehen oder potenziell mehr Geld sehen, natürlich ergibt das werbetechnisch auch Sinn, denn je mehr Geld die Creator sieht, umso eher ist er bereit, statt auf OF-Content zu machen, eher zu Vorbase. Ja klar und je mehr hat er auch einen Anreiz, Leute wirklich davon zu überzeugen, Content auf der Plattform zu machen. Richtig zu gehen. Und vor allem, das ist so ein Multi-Level-Marketing-System, wenn man es überhaupt so nennen kann. Ich kenne mich damit zu wenig aus, aber wenn man das jetzt mal so nennen mag, was theoretisch jeder random bewerben könnte, da muss ich erst mal anmelden oder registrieren oder so und Einzahlungsmöglichkeiten geben, aber es könnte jeder Hiopi bewerben und dadurch Geld verdienen, ja, durch dieses System. Und deshalb spricht sich das krass rum. Jeder könnte theoretisch damit Geld verdienen, aber man macht damit eine Plattform groß oder man unterstützt damit ein System in dieser Erotik-Branche, was, ich weiß nicht, was alles dahinter steckt, aber ich weiß jetzt nicht, ob das in Ordnung ist, das so zu unterstützen in der Art und Weise. Dies durch das Anwerben von neuen Nutzern beziehungsweise Creators so extrem geschieht, ist schon ziemlich, ziemlich krass. Wie gesagt, ich verurteile niemanden, der sich dort aus freien Stücken anmelden möchte, um dort Geld zu verdienen. Was ich persönlich aber eher verurteile, das ist die mehr oder weniger unehrliche Art von Anne Wünsche in ihren Storys. Was ich nicht ralle an solchen Stellen, ist so, so eine Anne Wünsche, müsste die nicht viel Geld haben? Also, sie hat auf jeden Fall schon mal 1,3 Millionen im Jahr gemacht. Ich glaube nicht, dass sie viel Geld hat, weil für mich ist das Kleingeld. Viel Geld haben? War das nicht, hatte sie nicht vorhin im Video oder habe ich das missverstanden, hatte sie vorhin im Video gesagt, dass sie innerhalb von einem Jahr irgendwie siebenstellig mit dieser Plattform da gemacht hat? Weil dann ist so, eine mega unehrliche Art von Anne Wünsche in ihren Storys. Also, wenn man an dem Punkt ist, dass man im Jahr siebenstellig mit alleine dieser einen Plattform macht und dann noch viele, viele andere Sachen macht, dann muss man doch nicht die eigene Follower-schaft dahin bringen, irgendwo, ich sag mal, spicy Content zu machen, damit man daran dann selbst mitverdient. Das ist schon wiert. Wenn dann statt einfach zu sagen, dass sie selbst davon profitiert, war eine andere? Achso, das war eine andere. Ja, okay, dann weiß ich nicht, aber sie wird ja genug. Hey, das ist doch nicht eine andere. Das war Anne Wünsche. Anne Wünsche hat dort ihren Umsatz, soweit ich das in Erinnerung habe, preisgegeben. 1,3 Millionen. Und sie meinte sogar, dass das nicht mal wirklich viel ist. Das war nicht mal die Haupteinnahmequelle in dem Jahr. Hatte sie irgendwie danach mal gemeint. Kam oder nicht? Trotz, dass sie halt keine Summe X von der Plattform bekommen hat, entsteht laut ihren Storys der Eindruck, als würde sie das nur machen, um der Community einen Gefallen zu tun, ohne Profitabsichten. Und wenn man zusätzlich noch bedenkt, dass ihre Community wahrscheinlich nicht nur aus Erwachsenen steht, sondern auch ein junges Publikum erreicht, die vielleicht auch in finanziellen Noten... Nee, die meinte, dass ein Mädel damit 1 Millionen gemacht hat und sie deswegen draufgekommen ist. Ah, okay, okay, okay. Ich dachte, Anne Wünsche selbst hätte irgendwie diese 1,3 oder wie viel Millionen Euro Umsatz gemacht in einem Jahr. Aber dann war es... Okay, dann war es wieder anders. Okay, okay, okay. Ey, das war doch Anne Wünsche. Ey, ich bin verwirrt. Das war doch der Umsatz von Anne Wünsche, oder? Und sie hat doch danach noch gemeint, dass es ja bloß... Das war noch nicht mal die Haupteinnahmequelle. Das checke ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, das war eigentlich Anne Wünsche, die das... Nee, Anne hat eine Nachricht von einer anderen gezeigt. Okay, okay, okay. Ja, aber theoretisch müsste ich es nochmal angucken, aber ich bin gerade zu... faul, das jetzt zu tun, weil da muss ich wieder hin und her skippen. Dann ist das eher weniger geil. Aber okay, so eine Werbung ist ja offensichtlich brandgefährlich, denn junge Mädchen sind sich den Gefahren gar nicht bewusst, wenn sie so ein Content hochladen. Und wenn sie zusätzlich noch in einer finanziellen Notlage sind und sie versprochen bekommt, dass sie damit richtig viel Geld verdienen können, dann weiß ich nicht, wie man dafür ernsthaft Werbung machen kann. Dass übrigens Anne Wünsche selbst gar keine Ahnung von den potenziellen Gefahren hat, das sieht man augenscheinlich in mehreren Storys, denn nun spricht sie über diese Leute, die diese Werbung kacke finden und sie daraufhin haten oder kritisieren. gegen die nicht verstehen können, warum man so ein Content postet und auch noch dafür Geld nimmt, also damit auch Geld verdient. Ich meine, es gibt ja unzählige Beleidigungen gegen uns Frauen, die so etwas machen. Guck dir das doch halt einfach nicht an. Also, du... Ja, okay, das ist... Ich weiß ja nicht, was sie jetzt für Nachrichten bekommen hat, auf die sie sich... Ich finde es immer, das Beste, wie man auf Kritik reagiert, ist, ja, guck es dir einfach nicht an. Also, ignoriere doch einfach ein Problem. Ja, also wenn ein Problem auf dieser Welt herrscht, ja, hä, geh doch einfach dran vorbei an dem Problem. Also, guck es dir doch nicht an. Ey, da liegt jemand am Straßengraben, schwer verletzt. Hä, mach das doch nicht zu deinem Problem, geh doch einfach weiter. Weißt du, muss ich gar nicht... Muss doch nicht da helfen oder muss doch nicht irgendwie, äh, das aufklären, ja, oder, oder, dass die Person das, äh, überlebt. Mach das doch nicht zu deinem Problem. Guck doch weg. Werde ich auch. Aber es wirkt halt ein bisschen wie, man geht nicht auf die eigentliche Kritik ein, sondern auf was anderes. Ist ja auch Klassiker. Du musst das ja nicht machen und wir schaden ja nicht deinem Leben. So, wir machen das halt gerne und es hat nicht immer was mit Geldgier zu tun. Na klar, man zieht sich also nackt vor der Kamera aus, um zu zeigen, was man hat oder wie. Ey, das will ich nicht bewerten. Wenn das Leute machen, machen sie es. Wenn die das aus Freihetztstücken selbstbestimmt sozusagen machen, dann will ich mich da nicht hinstellen und sagen, ja, nee, das macht ihr doch alle nur, weil ihr Geld wollt und bla. Ja, aber, also, also, es ist schwer zu glauben, dass Menschen das machen, weil sie einfach Lust und Laune haben. Also, weil sie wirklich einfach nur das aus Lust und Laune machen. Also, diese, diese negativen Konsequenzen, das ist, also, das ist wie, wenn man sich selbst aussucht, gehatet zu werden oder dann extrem negative Konsequenzen zu bekommen. Einfach aus freien Stücken sucht man sich das aus, weil man Bock drauf hat. Also, ich glaube, die Konsequenzen, die will doch eigentlich niemand haben, oder? Und deswegen steht halt das Geld da an oberer Stelle als die negativen Konsequenzen und deswegen macht man es das Geld deswegen. Also, wegen was anderem kann ich mir nicht vor, ich weiß nicht, wie ich das anders begründen könnte, dass ich diesen Content machen würde. Weiß ich nicht. Also, gibt das wirklich Leute, die da nicht so das Geld an erster Stelle sehen, sondern eher so, ne, das macht mir super viel Spaß? Boah, weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, vielleicht gibt es wirklich Leute, die da so sind, aber, aber das muss so ein minimaler Teil sein. Und selbst da ist schon, schon fast schwierig. Aber bla, bla, bla. Es ist letztlich Content, den man macht und ich will mich da nicht hinstellen und irgendwie draufschicken oder so. Aber, äh, die andere Sache steht nach wie vor. Aber sorry, das ist einfach nur peinlich und ein ziemlich schlechtes Argument. Das Einzige, wofür man diesen Content macht, ist Geld. Für was sollte man übrigens sonst? Diese... Ja, come on, aber das kannst du doch über Leute, die jeden Tag streamen, auch sagen. Das kannst du über sehr, sehr viele Leute sagen, die Content machen. Ja, aber streamen fängst du doch als Hobby an. Ich weiß nicht, fängst denn du als Hobby an, dich, keine Ahnung, Nudes zu bekommen und dann mit den Leuten so zu schreiben und, äh, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung, vielleicht gibt's ein paar Fälle, die das wirklich aus richtiger Leidenschaft machen und das richtig cool finden. Vielleicht gibt's das. aber du wirst ja auch so bombardiert mit ekligen Leuten und, und du wirst so stellenweise, wenn, wenn da Bilder rumgeschickt werden, teilweise fertig gemacht. Boah, ich weiß nicht, ich kann mir das so schwer vorstellen, das aus, aus anderen Gründen zu machen als Geld. Ja, so. Eine Art von Arbeit machen. Das man dann im Anschluss... Und ja, beim Stream denken auch viele ans Geld zu 100%, ja, aber ich würde bei mir jetzt zum Beispiel, also natürlich beim Stream, ich habe auch mit Stream Geld gemacht und auch vor zwei Jahren, das war sogar meine Haupteinnahmequelle, das, äh, das Stream, ne, so, wenn man jetzt das Finanzielle so sieht. Zu 100%, natürlich denkt man auch dran, okay, ja, es lohnt sich ja auch zu streamen wegen finanziellen Gründen, aber ich sage euch das so, wie es ist, ja, also gut, das ist jetzt, das liegt halt aber auch daran, dass YouTube bei mir so mit dem Haupt- und Zweitkanal das gut läuft, ne, und man auch mal ein Placement hat. Übrigens, geiles Standbild. Aber, so weit ich, bei mir ist Stream, ich mache Stream nicht wegen dem Geld. nicht, weil ich, äh, das große Geld sehe, sondern, weil ich hier Content habe, der noch auf den zweiten Kanal kommt, plus, ich habe hier einen Chat und ich habe eine coole Interaktion. Aber das ist nicht, also, die, mein Hauptfokus beim Streamen ist nicht das Geld, sondern auch, weil es mir natürlich, natürlich ist ja auch der Spaß mit dabei, aber ich kann mir nicht vorstellen, bei OnlyFans oder bei 4Based oder so, dass man das macht, weil das einfach nur die Leidenschaft des Spaßes ist. Keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich verurteile das auch nicht. Ich verurteile das auch nicht, wenn, äh, wenn das Leute machen. Aber sich dann so hinzustellen, zu sagen, ja, ich mache das einfach nur, weil das so, oder es gibt so viele Leute, die machen das nur, weil das so viel Spaß macht und weil das so eine Leidenschaft ist. Boah, damit beschönigst du halt eigentlich das System hinter 4Based oder auch OnlyFans und das finde ich halt irgendwie ein bisschen schwierig. Keine Ahnung. In der Öffentlichkeit. Also, habe ich so ein bisschen, habe ich noch einen anderen Blick als Rezo, aber, ähm, ja, also, ich verstehe natürlich auch, es gibt mit Sicherheit Leute, die das feiern, sich nackt zu zeigen. Ey, es gibt einen, guckt da nicht nach, wobei ihr guckt jetzt safe nach, es gibt Peter Mann, ja, der zeigt sich auf Twitter freiwillig und er verdient daran auch nichts, wie er einen Staubsauger fucking Nuss wurzelt, ja. Also, es gibt Leute, die das, die so sind, ja, es gibt mit Sicherheit Leute. Aber ich würde sagen, wir reden hier wirklich von einem minimalen Bruchteil. ...gemacht wird, dass irgendwelche Bilder rumgehen und das ganze Umfeld für den Pricer ist. Sorry, aber wenn wir einfach mal die Realität betrachten, dann sucht sich doch fast keiner die negativen Konsequenzen freiwillig aus. Man zahlt halt einfach einen wirklich extrem hohen Preis für diese Art von Arbeit. Man kann mir hierbei wirklich sagen, was man will, aber man macht solche Berufe mit Sicherheit nicht, weil das schon immer das tollste Hobby von einem war. Oder was? Ja, man sollte auf jeden Fall nicht Leute da, oder die eigenen Follower, da einfach mal eben so reinlocken, weil es einfach super easy alles cool ist, weil es halt auch Implikationen hat, die einem vielleicht bei der Anmeldung oder bei den ersten Content-Sachen gar nicht so klar sind, aber dann erst später und das sollte man den Leuten auch irgendwie sagen. Was auch immer alle Wünsche uns hierbei verklickern möchte. Und ja, Hater sind natürlich sinnlos und die können ihre Energie von mir aus auch für alles andere verschwenden, aber es gibt sie nun mal. Damit muss man leider leben. Da bringt dann Rumheulen auch nichts. Es gibt keinen Grund, dass du uns fertig machst. Du musst es nicht machen, akzeptierst halt einfach, dass wir das tun und guck halt einfach weg. Danke nun für deine... Ja, ey, das ist so geil. Ja, ey, ignoriert das doch und guckt halt einfach weg. Ja, das ist wirklich, das ist super. Traumvorstellungen. Wenn es danach geht, dürfte dann auch demnächst Weltfrieden herrschen. Also an der Stelle an alle Hater, hört auf Anne Wünsche. Sie ist die Retterin der Welt. Und noch ein kleiner Nachtrag. Ihr könnt mich wirklich kritisieren, ihr könnt mich fertig machen, ihr könnt mich beleidigen, ihr könnt mich bedrohen, aber es hat all die Jahre nichts gebracht. Also investiert eure Zeit in etwas anderem, was vielleicht ein bisschen sinnvoller ist. Also nur zur Info, sie wurde schon für vieles sehr... Wegen Instagram-Fotos mit Kindern-Fans sauerhaft. ...rechtlich kritisiert, hat nur nie etwas gebracht. Da merkt man, dass Anne Wünsche sich wirklich intensiv mit den eigenen Problemen auseinandersetzt. Ja, es ist halt, sie kann machen, was sie will. Das ist gar nicht der Point. Ja, ich glaube, ich muss das nicht nochmal wiederholen. Es ist relativ klar, jeder hat es verstanden, was der eigentlich... Aber gut, alle... Ja, aber... Natürlich, sie kann tun, was sie möchte, aber... Aber das Argument zu bringen, ja, es hat eh noch nie was gebracht, deswegen hört auf, mich zu kritisieren und zu haten. So, ja, also jetzt werden wahrscheinlich Leute aufhören, dich zu kritisieren, Anne Wünsche. Das ist es einfach. So geht man mit Kritik um und dadurch wird es auf jeden Fall ruhiger um einen selbst. Sie bewirbt auch bewusst Erwachsenenplattformen, ohne zu sagen, dass sie damit indirekt so richtig gutes Geld verdienen kann. Sie stellt sich als die liebe Influencerin dar, die ja der Community nur Gutes möchte. Sie redet positiv über diese Art von Content, ohne aufzuzeigen, was die Gefahren dahinter sind und dass es brandgefährlich ist, wenn man im jungen Alter schon damit anfängt. Das wäre halt gerade bei einem jungen Publikum unfassbar wichtig zu erwähnen und als sie nun von Yvonne Muhlen und Co. für diese Werbung berechtigt kritisiert wurde. Ich finde auch, dass es sehr zu Recht das zu kritisieren ist. Dann kam ein Statement auf Instagram von Anne Online und das Das Statement hatte Mach deine Grenzen nicht zu meinen Grenzen. Ist dir da... Wehe, er liest das jetzt durch. Ey, wirklich, ich hasse Rizzo dafür. Ich hasse Rizzo dafür, dass er ständig, wenn ich etwas sagen möchte, er das Gleiche jetzt auch sagt. Warte, er liest das jetzt komplett durch? Ne, oh Gott sei Dank. Boah, bestimmt haben es Zuschauer... Boah, dann wette ein Zuschauer haben geschrieben, dass ich das vorlese, sonst hätte Rizzo das komplett durchgelesen. Ey, kein Problem, schließlich sind das deine Grenzen, aber nicht meine... Und das lesen wir einfach mal direkt. Ah, okay, ne, doch nicht, doch nicht. Durch. Denn hier zeigt es sie auch wieder, wie unfassbar selbstreflektierend und selbstkritisch sie doch mit sich ist. Mach deine... Ja, es ist halt der klassische Case von Ablenken von dem eigentlichen Point auf was anderes, was nicht der Point ist. Ja. Sich ausziehen für Geld nie... Ja, ja, ja. Okay, das finde ich gut, weil ich habe gerade auch keinen Bock, mich selbst vorlesen zu hören. Du bist so sehr stört und du anfängst mit dem Finger auf mich zu zeigen, tut es mir leid, dann musst du an dir arbeiten. Ja, das war nicht der Point. Leute haben... Ja, ist ein Strohmann. Richtig Chatter ist ein Strohmann. Dann musst du an dir arbeiten. Ich tue niemandem weh. Ich mache nichts. Ja, ich glaube, dann ist es wirklich besser, einfach gar nichts zu sagen. Also... Ich mache nichts Falsches. Sorry, aber es konnte ja wohl eindeutig aufgezeigt werden, dass es super problematisch und unmoralisch ist, so eine Werbung in diesem Kontext zu zeigen. Aber naja, Anne sieht das offenbar nicht ganz so. Du kannst wegklicken, wenn es dir zu viel ist oder deinen Werten nicht entspricht. Ja, aber bitte mach nicht dein Problem zu meinem Problem. Ich schade deinem Leben nicht. Wir kennen uns nicht mehr persönlich. Ja. Er schadet deinem Leben nicht. Aber was ist denn, wenn ein Vater seine Bedenken hat, weil die Tochter halt das anguckt oder gern an den Wünsche folgt und dann schadet sie ja schon irgendwo dem Leben, weil die Tochter vielleicht dann denkt, oh, da kann ich ja viel Geld sehen oder so, fängt unwissend an und hat dann übelste Probleme und wird vielleicht noch gemobbt oder so. Dann hast du ja schon das Leben irgendwo geschadet. Also du warst indirekt dafür oder bist daran beteiligt, dass Leute halt so auf diese Werbemasche wie drauf eingefallen sind, sich das große Geld erhofft haben, da ist nichts bei rumgekommen. Stattdessen hat man jetzt ein übelstes Problem. Wieso es dich wütend macht, obwohl es deinen Alltag nicht betrifft, es schadet dir nicht, was ich mache. Du entscheidest dich dafür, weiter hinzuschauen. Ja, sie wiederholt sich basically. Also es kommt kein neuer Gedankengang. Du erzählst Freunden davon und verbringst Stunden damit, dich über jemanden aufzuregen, der mit dir privat eigentlich nichts am Hut hat. Das Problem bin nicht ich. Das Problem haben die Menschen, die nur eigene Grenzen akzeptieren. Das Problem haben die Menschen, die nur eigene Grenzen. Und selbst in dieser Art Milieu schon unterwegs war, konnte sie sehr gut von den Gefahren sprechen und dreht deshalb viele Menschen von diesem Beruf ab. Darüber aufzuklären ist wirklich super wichtig und auch richtig. Vor allem, wenn es von Leuten kommt, die damit schon Erfahrung gemacht haben. Dass alle das nicht einzieht, das wundert mich mittlerweile schon gar nicht mehr. Mal im Ernst. Wir sind aus... Warte, ich skippe einfach hier. Und unten ist dann Hashtag OF 4Based Lebe dein Leben Mindset Hashtag Meine Grenzen sind nicht deine Ich verstehe... Übrigens die erste Person, die diesen Tag gesetzt hat. Wer guckt denn bitte nach den Tags? Meine Grenzen sind nicht deine. Würde man jetzt dadurch mehr Reichweite bekommen. ...hastags nicht... ...hastags nicht mit Grenzen zu tun haben und wo man definitiv einschreiben sollte. Aber alles andere... Hashtag meine Grenzen sind nicht deine. ...belangt nicht, dass eure Grenzen auch die... Wer benutzt denn so Hashtags? ...Grenzen anderer sind. Wir sind alle verschieden und das ist auch ganz gut so. Jaja gut, wir haben es mittlerweile nach dem zehnten Mal verstanden. Aber mein Gott, wie kann man so eine offensichtlich uncoole Aktion immer noch nicht selbstkritisch einordnen und zu seinen Fehlern stehen? Du hast halt einfach nicht darüber gesprochen, dass du beim Bewerben dieser Seite, was ja einfach nur eine kostenlose Werbung war, selbst Profit machst. Also, du warst nicht ehrlich zu deinen Zuschauern und hast zusätzlich einem potenziell jungen Publikum eine 18-Plus-Seite schmackhaft geredet. Ja, und das ist der Point und ich glaube, wir können den alle nachvollziehen. Ich glaube, man muss auch gar nicht da weiter argumentieren. Es ist einfach so klar, dass diese zwei Aspekte... Ich hoffe, ich bringe noch dreimal ungefähr den gleichen Punkt, damit Rezo sich jetzt abfuckt. ...nämlich Geld verdienen mit den Zuschauern und es ihnen überhaupt nicht sagen, die so ein bisschen anflunkern, damit sie denken, das ist was total Selbstloses. Übrigens hat nicht Anne Wünsche sogar einen eigenen Wein? Ich glaube, in den Storys, das habe ich schon so gesehen, hat sie auch einen eigenen Wein beworben und so. Also sie macht noch Werbung für Alkohol, ist dafür aufgefallen, dass sie ihre Kinder einfach so öffentlich zeigt. Ist ja auch noch bei OnlyFans. Übrigens, das kann auch kritisch sein, wenn du dich relativ nackt zeigst. Also generell kann immer jede Handlung kritisch sein bei dem, was du machst. Ob du deine Kinder jetzt öffentlich zeigst oder ob du jetzt bei OnlyFans bist oder was weiß ich. Alles kann kritisiert werden und so. Aber das kann ja auch abfärben, wenn du jetzt bei OnlyFans angemeldet bist, egal wie erfolgreich du bist, kann das auch easy abfärben auf deine Kinder, die dann in der Schule oder wo dann die Mitschüler das als Druckmaterial nutzen, um irgendwie gegen dich zu sein. Dass sie dann irgendwie Bilder haben oder Videos haben von den Eltern oder von deinen Eltern oder deiner Mutter oder was weiß ich, weil da Erotikbilder rumgehen. Also das ist so, das meine ich, das ist super, super, also das kann super kritisch enden oder super schwierig werden. Und deswegen, und vor allem Kinder sind grausam. Ja, das ist nicht so, dass man normalerweise wie ein Erwachsener dann denkt und sagt, okay, ja, das schickt man nicht rum und so weiter, wobei es auch genügend Idioten gibt. Bei Kindern ist es ja nochmal ein deutliches Stück grausamer, sage ich mal. Aber eigentlich geht es darum, dass du auch Geld mit denen machst so und der andere Aspekt natürlich in dem Zuge sehr unkritisch, ja, solche Seiten irgendwie, also sehr junge Leute auf solche Seiten ziehen. Was ist daran falsch zu verstehen, wenn man dieses Verhalten einfach kritisiert? Also ich glaube, ich muss diesen Punkt jetzt nicht noch weiter erklären. Die meisten meiner Zuschauer werden es schon verstanden haben. Ich kann und möchte mal an der Stelle wirklich an jeden Menschen da draußen appellieren, der darüber nachdenkt, damit irgendwann mal anzufangen. Also mit OF oder mit ProBased und so weiter. Ihr müsst euch immer bewusst werden, welches Risiko ihr mit so einem Content eingeht und was die Gefahren dahinter sind. Wir leben halt leider in einer miesen Welt, wo Beiträge oder Inhalte direkt geteilt werden. Ja. Und nicht nur direkt geteilt werden. Also, es gibt auch kranke Leute, die auch alles irgendwie abfilmen. Selbst wenn du eine Software hast, wo du sagst, okay, du kannst nicht mit einem Bildschirm-Recorder kannst du das abfilmen oder so. Man kann es trotzdem mit dem Handy abfotografieren oder abfilmen und dann lädst du es hoch. Und es gibt sämtliche Seiten und vor allem Reddit ist das sehr, sehr groß, wo du überall her Material bekommst. Es gibt überall Seiten, wo du irgendwelches Material herbekommst von OF, von ProBased oder sonst irgendwelchen Sachen. Also, das geht so, das macht so schnell die Runde, das ist insane. Aber ich finde, da muss man auch aufpassen, an der Stelle, finde ich, muss man auch sehr aufpassen, die Verantwortung dafür, nicht nur den Frauen zu geben und zu sagen, ja, wenn du das halt machst, dann, ne, hättest du halt vorher dir überlegen sollen, wenn halt irgendwie jetzt Hate kommt oder du gemobbt wirst oder so. Naja, das ist halt so, ne, also, hat er jetzt nicht gesagt. Ich sag nur, man muss ein bisschen aufpassen, weil solche Aussagen ganz schnell im nächsten Step irgendwie da sind, dass man sagt, ja, ne, hättest du halt vorher dir drüber nachdenken sollen, du hast die Verantwortung, was passiert, wenn du sowas machst und das ist natürlich auch völlig falsch. Ja, also, das auf jeden Fall. Das Problem ist, es gibt halt zu viele, es gibt halt zu viele kranke Leute und das weiß halt jeder eigentlich, also, sollte eigentlich jeder wissen, dass es diese Leute gibt. Die kannst du auch belehren und kannst auch sagen, das sind ja eigentlich die Probleme. Also, die Probleme sind ja nicht, oder das Problematische ist ja eigentlich nicht der Content, der da produziert wird. Das Problematische ist, sind die Konsumenten, die damit sehr komisch umgehen, das Teilen, dich fertig machen wollen, das als Druckmittel einsetzen. So, das ist das Problematische, aber es gibt sie nun mal und das ist halt das große Problem und die kriegst du auch nicht weg. Die kriegst du auch nicht weg, indem du Videos machst, indem du aufklärst. Diese Menschen, die sind, das sind einfach sehr kranke Menschen, die aus was für einem Grund auch immer unbedingt Menschen schaden wollen oder irgendwelche, ja, halt auch eigentlich Menschen schaden wollen. Und deswegen ist es auch wichtig, davor zu warnen und das Problem ist, dass viele Menschen und ich, ich hab das auch schon im Freundeskreis mitbekommen, die haben jetzt nicht angefangen mit diesen Seiten, aber die haben auch gesagt, ey, wie einfach es ist, damit viel Geld zu verdienen, dass, das, da denkt man vielleicht schon mal drüber nach. Wo ich mir auch so denke, das ist schon krass, aber weil sich das auch so rumspricht, dass man damit so viel Kohle machen kann. und das Ding ist, was viele nicht wissen, du machst als, wenn du jetzt von 0 auf jetzt startest, machst du damit kein Geld. Erstmal, du wirst nicht gefunden, wenn du gefunden wirst, ja, dann hast du halt ein Abo und dann teilt sich irgendwie so ein Bild, ne, und das lohnt sich ja nur oder beziehungsweise eine Erfolgschance hast du ja fast nur, wenn du eine gewisse Reichweite schon mitbringst. Wenn du 100.000 Abonnenten auf Instagram beispielsweise hast oder so und dann sagst, okay, jo, hier, ich hab jetzt, F, geh drüber, folgt mir. So, weil dann hast du schon eine gewisse Base. So, dann kannst du das vielleicht ein bisschen mehr für dich selber rechtfertigen. Okay, dann kann ich diesen Content da hochladen, weil es lohnt sich. Aber wenn du neu beginnst, also das ist, oh, da musst du sehr viel Zeit und zweitens sehr viel Arbeit reinstecken, dass du da überhaupt irgendwo mal gefunden wirst und auch da, selbst wenn du nur eine kleine Community hast oder eine kleine Volksschaft hast, kannst du trotzdem Leute geben, die sagen, okay, jo, ich teile mal die ganzen, die ganzen Inhalte. Und dann stehst du da und denkst so, scheiße, jetzt hat sich das für mich finanziell nicht mal gelohnt. Jetzt kann ich das nicht mal mit dem finanziellen ausgleichen oder irgendwie berechnen. So, jetzt bin ich voll am Arsch. Kann vielleicht meiner richtigen Arbeit nicht mehr nachgehen. Habt Probleme mit dem Umfeld, weil die damit, weil die das vielleicht nicht mögen und was weiß ich, was es da alles für Kacke gibt. Deswegen, das, ja, davor wird leider kaum gewarnt. Ja, auch auf der Seite, was ich da eingeblendet hatte, da stand nur Positives einfach da. Auch wenn man das ausdrücklich verbietet und wenn das dann im Umfeld überall die Runde macht, dann kann das wirklich extrem gefährlich für einen sein. Deswegen sollte man nicht komplett naiv an die ganze Thematik rangehen und es noch so beschönigen, wie es Anne Wünsche hier tut. Damit ihr aber natürlich auch nochmal die Meinung von einer erfahrenen Person in diesem Bereich hören könnt, habe ich euch einfach mal das Video von Yvonne Mullen in der Beschreibung verlinkt. Checkt das super gern ab. Vergesst außerdem bitte nicht, JustLations abzuchecken. Ja, auf jeden Fall cool, dass Alpha Kevin das so erklärt hat, weil ohne Sch*** ist, ich würde mir, also ich, ich bin nicht der Typ, dafür mir so viele Storys anzugucken, wirklich nicht. Das ist nicht meine Welt, das ist nicht mein Leben, ich bin nicht der Typ, der von einer Person irgendwie zehn Storys an einem Tag guckt. Aber, ey, fein, es gibt verschiedene Bubbles, es gibt verschiedene Sachen und genau, folgt gerne Alpha Kevin, ich habe das Video geliked. Uh, vielen Dank, er hat sogar das Video geliked. Okay, ja, dankeschön für die Reaktion, ja, ganz, ganz viel Liebe, gibt auf jeden Fall ein Like, Junge, es hat über 10.000 Likes, ja, geiler Typ, na, aufs coolste Video reagiert, muss man sagen, Leute, der Link natürlich ist auch in der Beschreibung zu seiner Reaction, ja, das ist immer sehr schön, ich freue mich immer sehr, wenn der liebe Stumpf auf mich reagiert und da es seinen Senf abgibt, ich finde es immer sehr angenehm, ja, auch die Zuschauer sind immer sehr angenehm und schreibt mal in die Kommentare, was schreiben wir in die Kommentare als Algorithmus-Kommentar? NakiDai. Ich würde sagen, schreibt mal bitte NakiDai in die Kommentare, ja, schreibt mal bitte als Algorithmus-Kommentar NakiDai, ähm, weil das ist wichtig, ja, NakiDai-Content, ja. Okay, das ist es auf jeden Fall, schreibt das bitte in die Kommentare, dann weiß ich, ihr habt bis zum Schluss geschaut, dann seid ihr nämlich richtig cool und wird das nicht gefiltert, dann schreibt, wenn es gefiltert werden sollte, also wenn ihr euch in den Kommentaren nicht mehr seht, dann schreibt NakiDai irgendwie anders, keine Ahnung, mit einem G oder so ein NakiDai, was weiß ich, so dass man das, ohne CK oder sowas, oder nur mit K, so dann wird es eigentlich nicht gefiltert. Genau, äh, ansonsten, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen, ich, äh, hoffe, ihr lasst gerne ein Abo da, das würde mich sehr, sehr freuen, Leute, lasst unbedingt ein Abo da, ähm, damit die Zahl noch mehr nach unten geht, ne, damit wir auf 67% kommen beim nächsten, äh, bei der nächsten Reaction und, äh, damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag, lasst euch gut gehen und macht's gut, haut rein, stecht euch an das Fängchen, euer FrohBasedModel und, ciao, ciao.